Hallo Leute, willkommen zum 8. Dezember und wie ihr es am Hintergrundbild seht, wird heute Minecraft gespielt. Die gestrige Aufgabe habe ich nicht geschafft und halte so keinen Punkt. Über das eingeblendete Video oder in der Videobeschreibung geht es zum Video mit der Aufgabe. Die heutige Aufgabe von dem User LPNexusLPXD lautet, ich zitiere, werde mindestens dritter Platz bei Master Builders. Tja, hab das noch nie gespielt, aber so im Bauen bin ich eigentlich gar nicht immer so schlecht. Die Folge mit der Aufgabe kommt heute um 17 Uhr und falls ihr Cash gewinnen wollt oder mir einfach eine Aufgabe stellen wollt, dann schaut euch einfach das Info-Video zu diesem Event an. Im Video eingeblendet oder der Link auch in der Videobeschreibung. Mit diesen Worten beende ich noch das Video. Bis zum Kreativsein um 17 Uhr und tschüss.